Hallo! Wir wissen nicht, wer gerade dran ist mit Hallo sagen, weil wir uns ja eigentlich immer abwechseln, aber... Ja, wir wissen es nicht mehr. Deswegen gab es ein gemeinsames Hallo. Du bist so stark! Ja! Verursache einen Kabelbrand, das ist super! Das erinnert mich irgendwie an Star Wars hier, der... Nee, 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 warte, warte! Ah, ich muss den... Ah, du musst machen, dass er singt und dann kann ich... Guck mal! Schlangenbeschwörer. Das ist aber cool, voll der Schlangenbeschwörer! Äh... Alles klar. Hihi! Okay, da ist noch einer. Ich weiß nicht, wie nah ich dran muss. Ich muss noch eins haben. Ich hab's fast sogar noch geschafft! Warte. Nee, nix. Ja, danke! Äh... Okay. Müssen wir alle auf eins? Warte mal, wenn ich... Wenn ich hier bleibe... Nee, das... Ich... Ich komm mal mit zu dir. Drüben müssen wir aber dann schnell sein, glaub ich. Ja. Oh, easy. Warte, hier ist noch was. Warte. Ah, nee, warte. Ah, nee, warte. Ah. Ah, nee, warte. Ah! Ah. Das hat nicht geklappt. Ah, nein, ich treff nicht! Ich muss ja sagen, ich liebe ja auch eine. Oh, oh, oh. Hä? Hä, aber wo muss ich die? Nee, wir müssen durchrennen, oder? Weiß nicht, wo ich die abschießen soll. Okay. Oh, das war ja. Oh, äh, soll ich vor? Ja, aber ich glaube, die können wir nicht abschießen. Kannst du nur bezirzen. Ach, sieben, was? Oh ja, du musst vor mir. Du musst die bezirzen. Äh, warte dann. Warte, dann komme ich nochmal runter. Warte, ich lasse mich toten. Ich lasse mich toten. Äh, warte, wo bin ich? Äh, okay. Äh, warte mal. Äh, dort hinter müssen wir doch. Da musst du vor mir jetzt hier wieder rüber, wo du hergekommen bist. Oh, toll. Oh, oh. Nix, Ducky. Okay. Ja gut. Geh du schon mal weiter. Nee, ich kann nicht weiter, hier ist ein Hebel. Sie frisst mich. Hat sie dich? Ja. Okay, warte. Warte, dann warte ich hier, bis ich wieder da bin. Der, mein, mein Haar, Haar war alle. Okay. Kann ich hier nicht so machen. Kann ich hier nichts machen? Ah, warte, hier. Äh, äh. Ich glaube, die kann ich doch kaputt machen. Ja, die kann sich kaputt machen. Ah, okay. Sorry. Alles gut. Guck, wie sie sich wieder guckt hier. Guck sie an. Wie sie guckt. Äh, das ist die Mama? Ach, die ist doch schon wieder laufen. Oh, no. Wieder laufen. Oh. What the hell? Was ist das für eine Steuerung? Das ist übelst schwammig. Oh, no. Oh, mein Gott. Das war knapp. Hä? Oh. Oh. Ai, 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 ai. Muss das? Ja, wemst das? Ja, ich glaube, das muss so. Oh Gott, das war schon wieder schwindlig. Ich kann nicht mal aufhören, so zu schwenken. Ich seh mich nicht. Ich seh auch grad. Oh Gott. Äh. Was? Wir müssen hier abwägen. Ja, aber jetzt... Na. Ja, aber... Es war. Ich schwein, das muss sein das Fußball. Ich finde wir sind diejenigen, die diese Snakten zu tun. Aber ist... Also wenn wir uns jetzt aber keine Mikrofone verdient haben, haben wir denn jetzt genau gemacht. Nebelgibli... Ohhhh. Ohhhh. Pegg, 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 pegg. Ahhhhhhhh. Okay. Das muss so! Oh dear. Das war ein bisschen zu nah, für comfort. Hi! Great work mit dem Microphone! Microphone? Das war ein Humongous Snake! Das almost killed uns! Well, you're still breathing, and you earned... Woo! ... dem Microphone! Congratulations! Ja! Now, only the lights are lit! Keep on going! Woo! Come on. Keep on going. Woo-hoo! 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 Oh, hey! I played with these a bit when I was younger! Yeah? We show your skills then! Well, you try too! It's fun to make music together! Alright! Let's make a hit, yo! Oh, wir müssen einfach irgendwelche Knopfe drücken! Ha! 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 Hi! Huch! Okay, blau fehlt noch. Huah! Huah! Okay. Oh mein Gott, I love it, so was wie Raytracing hier, ja, YouTube, you're with a beat. Na ja, wir verdienen eh kein Geld damit. Ja, das stimmt auch wieder. Also falls ihr Werbung seht, dann liegt es daran, dass die Besitzer der Musik das Video geclaimed haben und damit das Geld verdienen möchten. Ja. Weil wir verdienen keinen Cent damit. Oh, ich kann nur laufen, wo Licht ist, oder? Ah, jetzt bin ich das Moos. Oh, Entschuldigung. Warte, am besten, ich mache immer so bis, bis, bis ich mehr gehe, dann läufst du bis zum Ende. So. Okay, jetzt müssen wir aber hier rüber springen. Okay. Oh mein Gott. Das ist gar nicht so leicht. Nee. Äh. Lauf einfach. So. Äh. Ich wollte das jetzt ganz langsam bewegen. Du musst einfach mitlaufen. Ja, ich laufe weiter ein bisschen schneller als. Ja, ein bisschen schneller bewegen. Ich wollte nur nicht, dass ich dich nach hinten wieder grille. Ich hatte nichts drüber geschnippst. Oh man. Also es ist irgendwie leichter, wenn du das Moos bist. Die sind irgendwie besser. Wuh. Wuh. Ich mache einfach in dem Tempo. Wuh. Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Okay. Okay, oder? Eins, zwei, drei. Jetzt hier nach links ein bisschen. Eins, zwei, drei. Äh. Wieso? Jetzt hier nach rechts. Äh. Eins, zwei, drei. Ah. Das Problem ist, ich sehe immer nicht, wo du landest. Alles gut. Es füllt sich ja wieder auf, die Lebensleiste. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wurf lang. Eins, zwei, drei. Das war recht gut. Wohin. Wollen wir hier rüber? Da. Nee. Okay. Warte mal, kann ich irgendwas schießen? Nee. Nee, du musst hier rüber, oder? Papa, hä? Musst du hier... Nee. Was denn jetzt? Nein. Doch, ich muss darüber springen. Musst du darüber springen? Warte. Dann hier. Ja. Oh. Äh. Oh, das hat sich automatisch... Du, komm schnell. Ich glaube, du musst dich beeilen. Oh, das wieder... Lauf, 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 lauf. Ah, genau das. Fuck. Okay, also rüber springen, das geht automatisch... Ja, Entschuldigung. Rüber springen, das geht automatisch an. Ey, das ist schwerer wie mit dem Moos. Ich... Stell dir vor, wie wir... Äh... Wie heißt das? Fahrrad mit mehreren Fahrern. Lauf, 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 lauf. Nein, die stehen beim Lauf, Alter. Aber mein Leben. Ja, warte. Mit rechts anderen scheinen... Dein Ernst. Ist das der Ernst? Warte. Kannst du einen Balken nicht mehr laufen? Ja. Okay. Äh, wo jetzt hin? Warte mal, warte mal. Warte mal, mit einem kannst du ja mal gucken. So. Ah. Ah. Okay. Ah, okay, hier geht's weiter, warte. Äh, es wird zu leid. Oh Mann, ey. Okay, warte, bleib mal stehen. Warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Nein, nein, zurück, zurück. Auf das... Ich jade ein Stückchen noch wieder nach vorne, bitte. Danke, da kann ich... Das hier nämlich... Aber nee, das klappt doch dann runter. Deswegen solltest du doch da weg. Weiß ich nicht. Ach, das dahinter hat runtergeklappt. Ja, aber ich weiß nicht. So, warte. Nehmen wir jetzt das. Geh mal ein Stück in das Rote. Dann krieg ich hier das... Okay, schnell. Ja, geh. Wir rennen... Ich renne einfach durch und dann kommst du mit irgendeinem Scheinwerfer hinterher. Ist mir egal. Warte, warte, warte. Dann mach ich den... Den Roten... Ich setz... Okay, weiter. Mit dem Grünen können wir ja noch ein bisschen vor. Okay. Oh. Hä? Ich bin zu früh losgerannt. Warte, ich mach den Roten wieder nach hinten, soweit wie es geht. Renn! Nein! Los! Warte! Warte, ah! Warte, bis der vorbei ist. Oh mein Gott! Oh, ah, Entschuldige. Das ist erstmal wie behindert, so ein bisschen. Oh, zum Glück seht ihr mich nicht. Warte. Ich muss doch mit Rot links dort, oder? Nee, ich muss mit dem Grün, warte. Warte, 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 warte. Jetzt musst du mit Grün hier rüber. Nee, es geht ja gar nicht. Aber das geht nicht. Doch, ein bisschen hält's ja. Komm mal mit dem Grün hier rüber und dann mit dem Rot schnell nach rechts. Okay, jump. Wow. Hä? Okay. Wir haben es geschafft. Und jetzt? Geradeaus springen. Oh, das sieht man aber nicht so gut. Oh, warte. Soll ich in Grün laufen oder in Rot? Wie du magst. Ich versuche beide nacheinander zu setzen. Hier ist wieder so ein Ding. So, ich glaube, beide kannst du auch nicht vor, oder? Nee. Jetzt Rot wieder nach hinten. Und dann musst du wieder rennen. Okay, das ging gut. So. Ich mach Rot mal hier rüber. Kannst du rein, der Rüchte schon rüber. Wow. Irgendwann so. Hey, I see a light switch! Yay! Jetzt kurz vorm Ende alles verkackt. Komm mal an, von. Alles nochmal. Boah, das war jetzt aber auch ein bisschen anstrengend. Ja. Ja. Boah, wir erleben jetzt was, was wir schon im Real Life ganz lange nicht erleben durften. Boah, aber was noch brauchen wir noch? Ich bin nicht auf der Ebene. Komm mal, Mei. Du liebst, du liebst zu singen. Nein, es war nur ein schreckliches Hobby. Nein, es war nur ein schreckliches Hobby. Du liebst, du liebst zu singen in front of a lot of people, mit, wie, Musikern und so. Remember? Ja, danke, Cody. Das war ich, Musikern. Und jetzt, hier, geh' und find' ein Orchester! Oh. Ein Orchester. Look what this is here. Ich kann kein Schach. Auch nicht. Langes Spiel, nein, ach, kein Langes Spiel. Langes Spiel. Danke, Herr Schach. Auch nicht. Geht nur 5 Minuten. Wer gibt dir Felder vor? Keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Auch nicht. Warte, ein Pferd kann eins vorn, eins zur Seite, glaub' ich. Genau. Achso, jetzt kannst du auf das Pferd. Stimmt ja. Nee, kannst du nicht. Hä? Doch. Nee, kannst nicht. Jetzt kannst du den aber platt machen. Hey, Schach, ich bin Schach, Susi. Ah, kein Plan von dem Spiel, aber egal. So, jetzt kann ich den Bauern ja hier wegmachen, oder? Ja. Den sollen wir Schach, den König, oder was? Die Tür mal. Was macht der hier? Ja. 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 Oh Gott, YouTube. Ähm. Wir eiern hier gerade beide rum, weil wir beide keinen Plan von Schach haben. Und wir. Also. Also. Nein. Den wollte ich nicht. Nein. Hey. Ah, nee, das ist scheiße. Äh, wartet mal. Mal was gucken. Und wo kann man den hinsetzen? Richtig. Richtig. Ist ja alles scheiße. Ich glaube, uns läuft sowieso die Zeit ab, bevor wir das hinkriegen. Nein, du hast mein Pferdchen kaputt gemacht. Ah, ich bin von mir selbst beeindruckt. Oh, das nervt mich. Kein Bock mehr. Ich nehme jetzt einfach das raus, was man nicht machen sollte. Und wo ist. Hm. Vielleicht war das gar nicht so dumm. Wieso? Kannst du nichts machen? Ja doch. Also ich kann mich jetzt damit vor dein setzen. Aber jetzt kannst du mein Pferd wegmachen, oder? Kannst du alles machen. Und alle, die Schachkönnen decken sich. Halt, was machen die da? Sind die dumm, ey. Ja, wir haben von Schach keinen Plan. Ich hab noch drei Minuten. Ich hab noch nie in meinem Leben Schach gespielt, ey. Also mein Papa hat früher mal Schach gespielt, aber... Ich hab ja auch... Brauche mal versucht, das zu erklären, aber ich war damals noch zu jung. Ja. Absolut. Kein Interesse in irgendeiner Art und Weise für gehabt. Ach, das war gar nicht... Ach, das hier ist der König. Erstmal alle anfassen. Erstmal gucken, ob sie es umsetzen können. Dann ist das der Springer, oder? Den du grad hattest, oder wie der heißt. Nee, das ist das Pferd. Das Pferd ist der Springer. Was ist das dann hier? Der hier überall hin, fast überall hin konnte? Ich hab keinen Plan. Es gibt... Die Türme sind außen recht. Ging eben bei mir auch nicht. Ich weiß nicht, warum. Können Bauern, können wir Bauern kicken? Ja doch. Aber ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Ja, wow. Was? Ich hab die Schach gesetzt. Nö. Jetzt nicht mehr. Hast du ne. Ich weiß nicht, warum ich den nicht wegmachen kann. Das. Wir könnten sogar beenden die Runde, glaub ich. Mach mal. Also ne, ich mein, hier drüben steht, beenden mit Remy. So. Oh, jetzt bist du hier. Ja, aber ich kann, ich komm nicht an deinen König. Aber du kommst an meinen Bauern. Ja, aber... Trägt mir nichts. Dann machst du mit deinem König meine Dame weg. Wie wir so irgendwie fachsimpeln über dieses Spiel. Der sucht keine Einigung von nichts. Ist das schön. Ich find das gut. Warte mal. Was ist das mit dem hier? Ah, ich hab da hier vorne noch einen. Mit dem. Wo kann der hin? Ja, mach mal das. Ha. Komm. Komm. Ja. Swart Move, siehste? Ja, doch. Ich weiß nicht, worum das jetzt geht, aber... Ha, ha! Nee, das ist gut. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll hier. Warum kann ich hier nichts machen? Warum geht der nicht? Das weiß ich auch nicht. Die sind stuck irgendwie. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ja, dann kann der König mich wegmachen. Geil. Ja! Zeit ist eh rum gleich. Da geht's. Geht immer noch nicht. Nee. Die kannst du nicht nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten bewegen. Die sind einfach... So, jetzt kann deiner mich wegmachen. Nee. Hä? Ich konnte zwei Schritte machen. Ich weiß halt immer nicht, wer wie springen, setzen kann. Die Türme können immer nur gerade. Die Könige immer nur einmal drumrum. Hä? Ja, Zeit ist abgelaufen. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt gewonnen habe, aber... Egal, wir haben mal Schach gespielt. Ja, wir haben Schach gespielt. Spannend, YouTube, oder? Nur für euch haben wir Schach gespielt, YouTube. Oh, was ist das hier oben? Hier ist wieder so ein Selbstmord-Ding, glaube ich. Ja. Guck mal, eine Mini-Bibliothek hier oben. Oh, wie cool. Warte, ich kann mal rüber. Was ist denn du? Ach, da kommt noch was. Irgendwie nicht. Oh, Mini-Spiel. Aha, Reise nach Jerusalem. Okay, das wird lustig. Aber... Nächste Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Nächste Folge. Reise nach Jerusalem. Irgendwie die halbe Folge haben wir zwar Schach gespielt, wo wir keine Ahnung von haben, aber... Egal. In der nächsten Folge geht's los mit der Reise nach Jerusalem. Ich hoffe, ihr freut euch. Mach's gut, YouTube. Mach's gut, YouTube. Tschuuu. Bye, bye. Bye, yahzeh! x